So, da sind wir wieder der Garner und meine Willigkeit. Ne, der Esel nennt sich zuerst. Der Monkey und der Garner. So, weiter geht's. Der Monkey, achso. Achso, hast du an Weihnachten eigentlich Zeit? Äh, ich bin am, weiß ich jetzt nicht, ob Heiligabend, ob ich da weg bin. Müsst ihr nochmal nachfragen, ob mich da irgendjemand eingeladen hat. Ganz blöd. Am 1. Weihnachtsfeiertag bin ich auch unterwegs. Weil ich brauch nur einen Esel für die Krippe. Ja. So eine große Krippe kannst du ja nicht bauen. Ich bin auch umgreifend. Ich brauch Platz. Und Jesuskind wird aus der Krippe rausgeschmissen, dann leg ich mich rein. Ganz chillt. Ja, nee, so Weihnachten, die Feiertage bin ich schon irgendwo mehr oder weniger verplant. Ja, das ist so. Ich krieg vielleicht ein neues Ten hier endlich. Brüderchen. Ja, Brüderchen, oder will mir sein, sein Alter, die im Mainz, das spinnt doch schon rum. Mit dem anderen Kollegen und dem anderen Kumpel. Das hat leider nicht geklappt mit dem Handy. Und ich weiß jetzt gar nicht, was mein Bruder für ihn hat. Aber auf jeden Fall ein Vernünftiert. Ein Funktionieren nicht. Ach, der Ganner hat so viele kleine Schiffchen, der kann sich jetzt gerade gar nicht entscheiden. Wie heißt denn der Kapitän hier? Wse... 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 Wollot... Sotow. Äh, was? W-S-E-W-U-L-O-T. Wollot, W-D-F-D-R-A-S-I-K-A-W-D-N-I. Wse... Wollot. Ah, ja. Wse... Wollot. Wse... Wollot Sotow. Wollot. Sag doch einfach Ozelot. Ach, Ozelot, ja. Ach, wenn man die Kapitänsnamen, wenn man die noch umändern könnte. Hm. So, ein Vollhorst 1, Vollhorst 2, so für jedes Schiff. Gut, geht los. Yo. Yo. was macht die frau vom ozellot vom ozellot vom ozellot ach so was macht die frau vom ozellot kriegen jetzt weiß ich nicht jetzt kriegen wir mal schön auf der fresse hier mal wieder ich brauche jetzt bloß ein gefecht spielen um den auftrag fertig zu kriegen also hast dann wieder wohl hin außer mir schnitt das spiel ab dass das wird das wird immer besser nachher von wegen er spielen sie mit spielen sie ein gefecht mit einem kapitel der mindestens fünf dings hat ja hatte ich ja ja aber meint er jetzt direkt die den fünften fertigkeiten es gilt unten oder fünf nein nein fünf gilt es egal fünf punkte ja weil ich habe jetzt bei dem auftrag das auch drin also fünf punkte würde ich halt sagen da braucht man ja bloß diese normalen fünf punkte rote angezeigt werden und nicht die in den fünfer baum und das ist ja so ist es ja auch gemein naja sie ist deswegen hatte ich nämlich gut überlegt meint er alter ich habe hier wieder torpedos wisst du bescheid ne ach so scheiße als du die rausgehauen hast habe ich dich versenkt geht schon Leute die beballern sich hier alle sind die bescheuert und gleich ein ganze team voller teamkiller das wärs das team löschte sich selbst aus wo fahren wir denn überhaupt hin ich bin erst mal geradezu und dann zu c werde ich sagen ich wollte mich gerade fragen ok geradezu aber irgendwann ist geradezu ende ich bin schon entdeckt was habe ich denn hier für eine oberflächensicht du bist viel zu fett obwohl das schiff hier ziemlich schmal ist eigentlich denkse ich bin ich bin weg Yas camera laelola gegständig ich bin wieder crap vor allem und die kiroff ist es muss wenn die kiroff Kommt, oi oi oi. Dann gibts erstmal ne Schelle. Ach der hat sich eingenebelt. Deswegen war er immer wieder zu. Ah Kirov, komm ich will auf die Kirov schießen hier. Ist ja mal lecker Ziel hier. Marblehead oder wie? Ach ja, die, die. Soviel zum Thema Spotten. Ich kann immer noch nicht schießen, scheiß Dreck. Komm fahr schneller. Kack Schiff. Ich schlafe hier gleich in. Bremst. Ach ja. Alter, ich krieg aus dem Sack. Ich hätt mal nach C abbiegen sollen, wa? Oh ne, brennt schon wieder. Ne, ich. Ach so. Schade. Die Marblehead. Oh, und die Svetlana. Oha. Marblehead dreht weg. Ist nicht uncool. Da kommt ne Kongo. Oioioioi. 12-7. Die durfte mich da eigentlich gar nicht mehr treffen. Ich hab jetzt die Kamerate schließen. Ich hab sie gefressen. Ich hab sie gefressen. Bähig. Ich hab sie gefressen. Eindrehen, jetzt kommt hier nämlich eine Phoenix gleich rum. Dann helfen wir mal dem Gana. Ich renne. Ich kann jetzt auch nichts schießen. Bei Phoenix. Die Kongo guckt wo ganz anders hin, finde ich gut. Und dann gucken wir mal hier vorne. Oh geil, wer hat mich denn hier eingenebelt? Fett, fett. Boah, dann geht es weg. Was ist denn der DD hier? Warum fährt der denn nicht Ketten? Warum schießt denn das andere Geschütz hier nicht? Ich gucke mich ungern mit einer Kongo an. Nee. Nee. Ich glaube, die gehen aber gerade auf mich. Ja, ich muss warten, bis ich hier ums Inselchen bin. Dann kann ich wieder drauf schießen. Ich bin jetzt einfach in Cap-Kreis mit hier fahren. Ich habe die Kongo jetzt hier. Die macht sich fest. Ich kaufe da jedenfalls, die ein Torpedos war drin von der zweiten Seite. Weißt du, von vorne... Oh, nebel. Kamikaze, jetzt stehst du hier drin und nebelst nicht. Okay, zwei, drei... Die haben getroffen. Da pariert aber hoch. Okay, B ist eingehoben. Ich glaube, sie gleich in Breitseite. Och, Mann, Kalle. Ich werde mich weiter, jetzt werde ich festgemacht. Scheiße. Komm ich da nicht dran, so ein Kack, ey. Ich brauche hier nicht mehr verschießen. Ich glaube, normal Torpedos in die Richtung hier hauen. Die Frenze runter. So, jetzt werde ich mal hier in Fließwerdplaner unser Schießen. Hui. Eieieieiei. Oh, es wird mal. Ganz viel auf dich geflogen. Hoch, 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 hoch. Tschüss. Sie waren Telle. Warte, wo steht die? Ich muss erst mal weg hier. Huiuiuiui. Komm ich dran vorbei, ja. Alter, jetzt kann ich wieder umdrehen, weil ich hier alleine bin. Oh fuck, jetzt habe ich hier eine König gleich neben mir. Oh, da ist aber nichts wie weg. Es ist die Marble, hätte jetzt wegknallen. Gleich bei der König mitschießen. Ah, die steht dahinter. Ein paar Sekündchen noch. Hm. Jetzt brenne ich schon wieder. Arschloch war hier umhengend. Echt. Hast du gedacht, könntest du stehenbleiben, wa? Da hat sich gerade da reingewirkt. Oh, die König macht sich fest an der, geil. Hm. Jetzt muss ich mehr. So. Hau, gerät auf mich. Wow. Oh. Oh. Moment, wieder. Komm, löscht doch mal die Scheiße hier jetzt echt. Oh, was? Schieß ich mir denn hier für eine Scheiße zurecht? Ganz uncool. Ich stehe hier auf beiden Seiten. Ach, da komme ich nicht ran. Oh, nee. Oh. Oh, das ist ja schon wieder. Verdammt. Alle weg mir. Nein, nein, nein. Oh, ich bin down. Ich kann nicht reparieren. Und bang. Ach, schade. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier ist. Oh, eine Idee haben sie noch. Alter, ich würde jetzt erstmal lieber Eurming abschockeln. Oh, fast 68.000 Schaden. Also, ich habe 68.000. Ja, 67.977. Oh, die Topedos waren doch. Zack, rannt. Ja. Gelöscht. Jetzt fände ich dich gleich wieder an mit der nächsten Salve. Die einen. Da ist jetzt der Zerstörer. Kann ich jetzt nicht drauf gucken. War nur zur Info. Arschloch, jetzt fresse ich auch noch Torpedos. Arschloch, jetzt fresse ich auch noch Torpedos. Die Kiro fährt erstmal schön außenrum um die Insel. Statt auf den Zug zu fahren. Nein. Na schön. Super. Ich habe keine Geschütze in der Richtung. Ach, jetzt dreht sie wieder zurück. Ich habe keine Geschütze in der Richtung. Ich habe keine Geschütze in der Richtung. Ich habe keine Geschütze in der Richtung. Alter, nein! Nicht gereicht. Nimm dir doch die König vor Ich hab ja die Wyoming versenkt Schon wieder 3 Schiffe, 95.000 Schaden Das ist ein T4 Er ist wahrscheinlich wegen dem Captain Na gut, zurück zu Mark Ich will mir jetzt noch angucken Okay, dann gucken wir noch mit an Anstatt dass die Kamikaze R auf die König schießt Ah ne, die machen erst den DD down Tröffen nicht Einmal frei, so DD down, einmal frei So, Kamikaze R, jetzt auf der schönen, auf der Wyoming Abfackeln Die Geschütze nehme ich sowieso auf der anderen Seite Ah, die König, die Wyoming hab ich ja versenkt Find ich auch, die hat schon wieder killt König? Sollte ich mal besser einnebeln, die Kamikaze Der hat vorhin im Cap, als er im Cap stand Er ist nach mir ne Aufforderung erst drin gefahren Und dann war er mittig drin Ich auch, bei ihm Meinst du, der hat genebelt? Und Torpedos Und dreh die Karre Boah, sind die schnell, die Torpedos Alter, sind die schnell Guck dir das an Alter, was sind das für Torpedos Ja, ja Die Fetzen Ey, die sind ja richtig flott So hab ich letztes Mal geguckt und ich dachte Mensch, der, 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 der in das Schiff Alter, wat, wat Wie schnell sind die Torpedos bei dem Zerstörer War die Akas, Akasuki oder was? Das war eben gesichert Eine Güte War 2 Cool Nice Schön gewonnen haben wir da Schön gewonnen Ok Gut Reicht doch für ne ganze Folge Aber mal gucken, ob wir da mal der Rollens Belohnung einsammeln Was kriegen wir da eigentlich Ganz kurz mal schauen Was wir beide auch vielleicht könnten anfangen Wäre mal im World Warfare Panzer fahren Oh, das ist nicht meins Das ist wirklich nicht meins, diese Panzerzeug Ich hab mir das jetzt immer mal so angeguckt, aber ne Ich bin doch Das wird sich ja anbieten Hier von gleich anzufangen Ja Ja, aber Ja, aber es ist wirklich nicht meins Also ich hab auch erst überlegt Als wir rausgekommen, dachte ich Ja, mal gucken Dann gucken wir jetzt fest Und dann Ah, ne Nicht wirklich Bei Threadnought Habe ich das richtig verstanden, dass das T2 Schiff Für jemand ist, den du einlädst Äh, du, hab ich nachgeguckt Ich hab bloß den Code aktiviert Ich hab beide aktiviert, ja Warte mal Äh, da war bloß ein Code Das andere war Ich hab's Ja, ich hab auch zwei oder drei gekriegt Das ähnlich war direkt Mit die 250 Ingame-Währung da Und, und Wollte ich denn jetzt gucken Achso Was gab's denn hier zugestellt Achso Okay, die ganzen Module Ja, gut Spitze Mach die Folge erstmal Ende Dann Habe die Ehre Bis zur nächsten Folge Ciao Habe ich denn eh